Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Sehr interessant, sehr interessant. Sehr interessant, sehr interessant. Wieso sage ich das so oft? Ich weiß es nicht. Ähm, wie ging nochmal dem seine Stimme? Heu ist es so lang her. Ähm, ich freue mich dich zu sehen. Was macht ein Pokédex? Zeig doch mal her. In deinem Pokémon Pokédex steht 98 Pokémon, äh, besitzt 42 Pokémon. Bewertung, äh, das sieht gut aus. Äh, suche meinen Gehilfen auf. Meine Gehilfen auf, sobald du 50 Pokémon besitzt. Meinen Gehilfen, wenn du sobald du 50 Pokémon besitzt. Ja, ist das schon. Okay, was geht hier ab? Was zum Geier? Oh Mann, ihr Leute, ihr wisst doch sowieso. Was für eine tolle Musik. Oh, ich bin total in der Rage. So, Tintara? Interessant. Ich glaube, 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Ne, 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 nicht mit mir. Oh, hat gerade geleckt, habe ich gerade gesehen. Hm. Okay. Nochmal Tintara? 15? Ne, ne, nicht mit mir. Ne, ne. Nicht Level 15, ne. Ich habe mir Level 20 bis 25 als Ziel gesetzt. Wie ich den Trainern ausweiche. Ja, da ist der Steg. Letzter Kampf. Tentara Level. Ich gebe dir eine Chance, Tentara. Ich gebe dir eine Chance. Hahahaha. Ich habe eine Chance. Ich habe eine Chance. Ich habe eine Chance. Und Tschüssi. Sehr schön. Yeah. Wir sind angekommen. Wo? Zinoba Insel. Die Stadt der brennender Leidenschaft. Oh, ist ja schön. Hm, hm, hm. Piro, der Arena-Leiter der Zinoba Insel ist ein seltsamer Mann. Er lebt hier seit Jahren. Forscher experimentieren in dem ausgebraten Gebäude. Interessant. Die Tür ist verschlossen. Hm, hm, hm. Wie könnte man da, das doch, das doch, das müsste doch. Interessant, okay. Das ist das verbrannte Gebäude. Verbrannte Gebäude. Ja, ich wollte doch gar nicht. Schau. Hm, hm. Schau mal, meine Markt. Was gibt es im Markt? Oho. Man sollte immer eine Getränke bei sich tragen. Sollte man. Trägst du Kalbe an? Ähm. Trägst du Kalbe, krägst du bei dir? Es ist, ähm, es ist, es ist im Kämpfen sehr nützlich. Ja, zurücklehnen, Flogoggi, zurücklehnen. Hallo. Kann ich dir behüblich sein? Kaufen. Äh, Schakenruhe. Hyperball. Oh, endlich, 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 endlich. Ich, ja, oah, ich muss, ich muss, schnell da drauf drücken. Lalalalalalalalalala. Kaufen wir, wie viel kaufen wir? Schau, kaufen wir mal, und die, so, 40? 40? 40! Ja, mega Einkauf hier. Hihihi. Höhöhöhöh. Top-Schutz, Flugzeug, hm, hm, hm. Top-Schutz. Nee. Erstmal nicht. Dankeschön. Hm, merci. So. What the fuck? Pokémon-Center. Tun wir mal kurz unsere Pokémon-Heilen. Willkommen in den Pokémon-Center, wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Heilen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Hm, 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 da fällt mir ein. Da fällt mir ein. Eines Synchro fehlt mir schon, seit ich dieses Let's Play aufnehme. Danke, deine Pokémon zu wieder. Tapfe. Komm, jetzt seid wieder vorbei. Und zwar ist das. Schanera. Schanera, Schanera. Ähm. Haha, schlecht. Brichst du, äh, brichst du ihre Entwicklung ab, dann können deine, ähm, Pokémon weitere Attacken, ähm, sie können sie ja später noch weiterentwickeln. Ja, nur wenn du, ja, egal, Level 100 und so, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Wenn du ein Schicke hast, das Level 99 ist und das dann Level 100 wird, äh, wenn es hier, äh, zu Schillok mutiert, äh, und zu Zurtok, dann geht es ja nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Doch. Es geht. Mit einem Wasser. Äh, Stein. Und so. Ja. Tausche, tausche Pokémon mit Freundinnen. Ein Pokémon, das man bei einem Tauscher hält, wächst schneller. Du solltest es ausprobieren. Sollte ich. Ja, eigentlich schon. Hm. Sorry. Äh, das ist ja ein Mädchen. Und ich muss ja da meine Stimme hoch machen und dann plötzlich hatte ich einen Froschenhals und er hat so blöd, so, 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 blöd so, Brogogi, gemacht so. Brog, Brogogi. Ähm, ja, egal. Brogogi. Ähm. Man, man kann die Entwicklung eines Pokémon stoppen. Bricht man sie ab, dann bleibt das Pokémon, ähm, wie es ist. Sehr schön. Sehr schön. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon Die Game Edition. Alrighty then.